Abonnieren, kommentieren, bombardieren, liken, teilen. Aber ein bisschen ist auch Game Over. Ich sag mal so. Lan, du musst uns aufnehmen. Achso, achso, achso. Wir haben hier Hotchip, zwei Kandidaten. Ist es okay, dass du da mitmachst? Ja, ja. Ich bin selber bereit dafür. Stell dich vor. Ich bin Maxi, ich bin 30 Jahre gekommen aus München. Ich darf gerade ein bisschen Eier flattern. Hä? 30 Jahre alt. Das ist dein letztes Mal. Auf jeden Fall. Ist es okay für dich? Ja, safe. Ich heiße Haliman, bin 24 und bin safe dabei. Und ich muss gleich pissen in meinen Hosen. Du hast aufgeregt, als wir den Ding, Rekord irgendwas gewonnen haben. Abschluss, Arbeit, Beruf, Business, ich weiß nicht was bei dem los. Ist es okay, dass du da mitmachst? Ja, es ist okay. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Stell dich vor. Ich bin Nala, ja. Nala. 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 Wenn es nachlässt, dann ist es schon mal gut. Trink nicht leicht, lass ein bisschen Mund hin und her. Er will das beim Essen dazu essen, weil es gut scharf wird. Der wird übertreiben. Der hier wird übertreiben. Lass mal, Kameramann riechen einmal, weil er wollte ja riechen. Es riecht nicht. Viele Leute sagen immer, riecht. Ja, die übertreiben. Riecht du auch mal riechen? Es riecht sogar komisch. Und die übertreiben, er macht die so. Eins, zwei, drei. Geschmack, wie kannst du von Geschmack? Eins, zwei, drei. Es kommt nicht so schnell der Ding. Schmecken tut es auch nicht, gell? Übertreiben, ich sag doch, die Leute übertreiben. Übertreiben. Hier, alle die Takis. Alle die Takis. Nicht auf den Boden. Es ist Takis. Halil. Takis dazu. Halil. Nein, nein. Das ist übertreiben. Ist nichts, gell? Komm her. Oha, wo gehst du hin, Mann? Noch ein Takis, komm. Ich hab dich voll vergessen. Was ist los? Wo sind die Schmerzen? Was ist los? Siehst du die Kamera nicht da schon? Komm her, Kamera. Wo sind die Schmerzen? Die können nicht drücken. Meine Ohren. Und noch? Und noch? Ohren? Was? Bauch. Rücken. Oder was? Aber er stirbt. Willst du den Takis noch heißen? Halil, Takis. Wo tut es genau weh? Sag mal. Wo? Du mindestens für das Video. Geh du ein bisschen hin, Takis. Geh ein bisschen. Er vergisst sogar seine Tasche. Schau mal. Auf einen spannenden Takis, Leute. Schmeckt nicht, kauf nicht, Takis. Das ist unnötig teuer. Hörst du was? Es brennt. Hörst du aber noch was? Ja, aber es tut weh. Oder der ist, der Punkt, dass ich nicht kenne. Mich interessiert, was die Leute denken hier. Ciao, ciao. Das ist der Hotchip, Digga. Das kriegt Müller, Digga. Oh. Ich bekomme Bauchschmerzen. Wallah. Ist nicht. Schleif es mal nebeneinander, Mann. Schleif es mal nebeneinander, Jungs. Das tut es nicht so. Wallah, was tut es? Dieser Hotchip ist es nicht schafft. Komm, tut es nicht so. Bruder, ich will. Nein, nein. Tut es. Takis, es tut gut. Glaub mir, es löscht. Ich auch Milch. Ja, es löscht. Es löscht. Hau den Takis rein noch. Es löscht. Probier einmal. Einmal. Es ist säuerlich. Eine Takis noch. Eine. 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 Ja, ja. Mach langsam, mach langsam. Das ist meine Tasche offen. Ah, meine Tasche ist auch. Hä? Hoppa. Lass mal riechen kurz, bevor es scharf wird. Riech mal. Ja, jetzt go. Normal, oder? Ja, go. Geruch normal? Geschmack? Ekelig. Hä? Übertreiben. Das ist blääh. 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 Übertreiben. Blääh. Schau, locker eingesteckt. Fertig, Jungs. Warte, warte. Warte, warte. Warte, er hat alles wieder. Interessant. Interessante. Schaf. Was, Schaf? Schaf. Halt, ich trink hier Wasser. Halt deine Zunge. Komm, hier, kommt wieder. Lana, Lana, oder wie du heißt. Komm mal hier. Nein. Mach dein Gesicht. Zeig mal dein Gesicht hier. Oh, wie gut. Oh, shit. Und seine Gesicht. Alter, der weint. Der weint ja richtig. Alter, passt mein Auge. Ali, bleib hier. Der tanzt. Ali, wie weit? Wegen einer Chip ganze Stadt laufen wir. Esst du auch noch ein Stück? Ich schau, ich bin. Gut, gut. Ist gut. Wieso nimmst du dir die Pommes weg? Warte, gib mir doch ein paar. Junge, wir holen doch später, wenn du dringend brauchst. Ich verstehe nicht, warum der nochmal gegessen hat. Weil der übertreibt richtig. Der läuft Marienplatz, Odeonsplatz, Stachos, Hauptbahnhof. Das hat bei dir alles gut? Ja. Es hat eigentlich noch gar nichts gerochen. Ja? Die übertreiben, oder? Ja, es hat noch gar nichts gerochen. Aber es war scharf, aber es hat aber nicht geschmeckt. Und Geschmack war nicht gut, oder? Ja, ja. Manchmal neutral oder ein bisschen gut, oder es schmeckt nicht? Schmeckt gar nicht. Weil die TikTok stecken im Mund dran, übertreiben sie immer. Keine Ahnung. Und wo brennt es gerade? Hier so. An der Zunge, ganze Zunge brengt. Ganzes Zunge. Hast du hier Schmerzen gehabt? Nö. Nicht. Wie viel Geld würdest du machen? Für wenn wir nicht Geld bekommen würden. Ja, aber ganze, gell? 8000 Euro. Pow! Was? 8000 Euro, keine Ahnung. Ah, wie? 8000 Euro, ich weiß nicht, gar nicht, eigentlich gar nicht. Würdest du einen Hotchip essen für 8000 Euro? Ja. Ihr wisst Bescheid, meldet euch hier. Warum, sag ich, ich esse. Das ist Angebot. Warum der gegessen, verstehe ich immer noch nicht. Oh, der nimmt keine Hände. Wo ist Halli? Alles gut? Alles gut, oder? Wollen wir Milch oder Joghurt holen? Ah, Halli ist auf dem Klo. Ich geh. Milch und irgendwas kommt. Wo ist das Mikrofon? Ich war gerade auf der Toilette. Ich glaube, das ist ein scharfe Chip gegessen vor 10 Minuten. Ich geh in die Toilette, renne in die Toilette. Ich spucke Blut schon, weil es so scharf ist. Wala, ich zitter auch ein bisschen. Komm mal näher, er zittert. Komm mal näher, er zittert. Wala, es ist so scharf, Digga. Leute, die haben fünf Minuten mindestens durchgehalten. Lass ich die Dame durch. Fünf Minuten durchgehalten. Der hat wirklich Blut gespuckt. Wir wollten drinnen weiterfilmen. Aber die haben ein bisschen gesagt, nicht hier filmen, hin und her. Und ja, er hat wirklich Blut gespuckt. Ich weiß jetzt nicht, wie bei sowas aussieht die Situation. Jetzt geben wir nochmal ein bisschen Milch und Joghurt für die Ohren. Halt für die Ohren. Okay, bis später. Wieder beruhigt ein bisschen. Ja. Das ist mein Geld, Jungs. Hebt es mal auf, bitte. Jetzt Müller, Milch reinhauen. Ich hoffe, Schäfer geht weg. Hey, fragt es doch wie uns. Aber okay, ich schenk euch. Nase, Ohren, Mund, Lunge, alles brennt. Ich weiß nicht, was Rachen, glaube ich, heißt das. Alles brennt. Und freust du dich auch, dass du die Getränke holst? Hast du dir was geholt? Ja, dann fangen wir bei dir an. Vielleicht will den keiner mehr zuhören. Also, wie war der Chip? Hat der jetzt so gerochen, wie die TikToker, die Faker immer so tun? Also, auf jeden Fall. Es hat eher nach diese... Von Anfang an bis Ende, erzähl jetzt, erklär. Also, es riecht eher nach diese süße Paprika. Wenn man Pringles kennt, es riecht nach diese süße Paprika einfach. Es riecht nicht mal stark oder so, wie alle sagen. Es riecht voll neutral, also nicht voll scharf oder so. Also, Faker von TikTok, der größte Teil, es zählt nicht für alle. Also, ihr müsst nicht so übergeben tun, dass es vom Geruch her so scharf kommt. Es riecht echt, ich habe auch gerochen dran, nichts fast. Und Geschmack, wie war der Geschmack zum Beispiel? Übertreiben auch sehr viele immer. Also, der Geschmack her, also wirklich, Geschmack hat man ehrlich nicht so viel geschmeckt. Es hat sogar, so der erste Biss hat gut geschmeckt, aber danach hat man nichts geschmeckt. Danach kam nur noch die Schärfe. Sie ist eine, die nicht scharf ist. Was hast du dazu genau gespürt? Schmerz, Brennen. Wo? Da oben, am Zahnfleisch, an der Zunge, an der Lippe, am Hals, überall, wenn man komplett am Mund brennt. Und geschmacklich? Schmeckt gut, aber es brennt. Es brennt wie Hölle. Ich sehe, du zitterst ein bisschen mit der Hand. Ja. Danke dir nochmal. Es ist okay, dass du dabei warst, oder? Ja. Wo hat es bei dir erst angefangen, mit der Schärfe zum Beispiel? Wie war es? Bei mir war es zuerst auf der Zunge, auf dieser Zunge, wo ich den Mund hatte, hat es angefangen zu brennen. Wo ich es runtergeschluckt habe, hat es die ganze Zeit im Hals gebrannt. Und dann meine Ohren, meine Ohren waren das Schlimmste. Die haben gepiept, gedrückt und gebrannt. Hast du auch irgendwo hier im Magen? Nee, also wo ich im Magen habe ich nichts gespielt, sondern Hals, Zunge und meine Ohren. Also auf jeden Fall danach, wo ich dann Meckes Toilette gerannt bin, habe ich da ein bisschen Blut gespuckt. Und ja, leider sieht man es nicht im Video, aber man kann es sich ein bisschen vorstellen. Geruch, vom Geschmack erst mal, Geruch und Geschmack. Auf jeden Fall, Bruder, ich sage mal so, wir haben ja eine Hälfte gemacht. Und wir haben ja natürlich gerochen. Und sein Kollege hinter der Kamera hat ja auch gerochen. War süß. Also ich habe nichts leider gerochen. Und wo wir das in unserem Maul hatten, das hat schon gleich direkt angefangen. Aber jetzt, das war nicht so krass, wie ich mir vorgestellt habe. Okay, ich bin abgekackt. Aber bei meinen anderen, wo ich mal probiert habe, da bin ich Game Over, weil ich da ein Ganze genommen habe. Und jetzt haben wir Hälfte genommen. Aber trotzdem, das war krass. Das war absolut Feuer. Wir haben Feuer gespuckt. Und die TikToker, oder allgemein, die Leute, die diesen Hotchip nehmen und gleich übertreiben, wie du auch gesagt hast, mit Milch rüberschütteln, das, das, das. Das ist nur Fitna. Die wollen nur Pata machen, Geld machen, dies, das. So, okay, es ist scharf. Das ist brutal. Aber doch nicht, duschst du doch nicht mit Milch. Aber ist schon eine harte Nummer, Auf jeden Fall ist es echt hart. Echt hart, man. Fängt es nicht rum. Fängt es nicht rum. Die sind wirklich scharf, auf jeden Fall. So oder so. Aber manche übertreiben mit dem Riechen, mit dem Geschmack her. Wie gesagt, Respekt an die nochmal. Respekt auch an die anderen. Abonniert sie, ihr macht guten Content. Content und, ja. Auf jeden Fall, wie der Bruder auch gesagt hat, abonnieren, kommentieren, bombardieren, liken, teilen. Und dazu noch, an die Leute, die es gerne versuchen wollen, denkt zwei, drei, vier Mal nach, ob ihr das macht. Weil die Leute, die Scharf überhaupt nicht ertragen können, macht das nicht. Weil das ist Risiko. Die Leute, die kein Scharf ertragen können, können auch verrecken. Das macht aber, nimmt nicht so viel, weil es ist nicht gut. Und man hat was zu trinken dabei. Ja, mehr sage ich nicht. Dann sind wir raus, oder? Ja. Wenn du sagst. Ja. Noch eine Runde. Nein. Teil zwei. Nein. Dann sind wir raus. Wen juckt's? Brrrr. Hoch. Runter. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.